Blub, blub, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Der Bitcher 2 im Stream! Ja, ich hab das Spiel nochmal neu gestartet. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser wird mit dem Sound. Und dass der Sound vor allem jetzt bleibt. Ich hab das Gefühl, das liegt irgendwie an den Gesprächen. Dass der Sound da rausbuggt, aber keine Ahnung. Wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg zum Troll. Wir haben gerade Dimitri verkloppt. Und seinem Leichen haben wir alles abgenommen, was ging. Und haben da mit dem Troll gerechnet. Deswegen können wir jetzt mal mit ihm reden. Haben außerdem erfahren, dass Laredo ein ganz schön falsches Spiel hier treibt. Nicht nur, dass er Geld veruntreut wie Schwein, sondern dass er jetzt auch noch einen Coup geplant hat oder sowas. Und Fistek-Handel mit dem restlichen Salamandra aufmachen will. Ich glaube, es knuspert. Trollfreund! Hallo, Trollfreund. Ja, dein... Viel besser wird's in deinem Leben, fürchte ich, nicht mehr. Deine Frau ist halt immer noch tot. Guck mal, die Füße an. Oh mein Gott. Aber immerhin hab ich sie gerecht. Geh Vodka, Dwarf. Du trinkst zu viel. Deine Frau ist schüt. Wie, Buck? Um... Wie wir ihn nicht mehr sehen. Ich würd' noch gerne nochmal mit dir... Why, Buck? Da. My woman... I not forget. I give reward. Schema Jägerrüstung. Uh. Okay. Mal gucken, was das ist. Hoffentlich ist die gut. Oh, plus 10. Ja, die ist nice. 14 Tuch, 16 Liter. Wir haben alles. Die können wir sofort bauen, wie es scheint. Ne, wir haben nur 12 Leder. Damn it. Wir brauchen ein bisschen mehr Leder. Nice. I like. Aber das Leder kriegen wir zusammen. Das ist kein Problem. Hast du ja vielleicht noch Leder rumfliegen? Troll-Freund. Ich glaub, wir können ihn jetzt immer noch töten. Aber warum? Ich will ihn nicht töten. Warum soll ich ihn bitte töten wollen? My script and I came to Novingrad to finish some cyclists and yes, after I return. Aha. Ja, aber das ist noch überhaupt nicht pained. Das ist noch meilenweit entfernt. Müssen wir hier am Fluss nochmal weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, ja. Bleiben wir lieber erstmal hier. Er wird die Brücke jetzt reparieren. Wir können noch mehr Quests abgeben. Bei Korab können wir den Lohn abholen. Sehr gut. Wir kriegen noch mehr Geld dafür bezahlt. Ist das nicht klasse? Dann können wir wahrscheinlich nochmal bei... Ach nee, hier können wir nur bei Korab bezahlt werden. Wenn wir den Kopf bringen würden von ihm, dann könnten wir bei dem anderen bezahlt werden. Warum auch immer die das wollen. Denn sie wollen doch eh nicht dafür zahlen, dass die Brücke repariert wird. Finde ich irgendwie dämlich. Das sind alles so eine Bande Idioten einfach. Korab. Korab, Korab. Und danach geht's gegen die Neckar. Definitiv, Leute. Der Chiron ist ein Hauptquest. Die Neckar sind ein Nebenquest. Die will ich vorher erledigen. Korab, wenn ich jetzt mindestens 1000 Oran sehe, mein Freund. Das war eine ganz schön lange Quest. Das hat ewig gedauert. Da muss man sich mindestens drei Huren verleisten können. Oder noch mehr. Dankeschön. Nicht so. Du wohnst mir 200 Orans. Nur 200? Ach stimmt. What? Schöne, ich habe deals mit dir und dem Troll. Er hat seine Worte gehalten. Du hast nicht versucht. Ich habe nicht den Knochen. Sicher, du willst nicht ein bisschen schwerer sehen? Was, wenn ich keine finden werde? Dann schaue ich mich selbst. Das ist Robberie. Hier, ich hoffe, dass du ihn schockst. Hey, das war ein Deal. Und wenn du dich einhältst, dann gibt es auf Schnauze, mein Freund. Ich habe dich immerhin nicht erpresst oder so. Ich habe dich nur überzeugt. Okay. Das gab unsere 200 Orans immerhin. Nicht viel, aber es wird schon reichen. Das müssen wir auch noch machen mit den Fang des Wahnsinns. Das kenne ich überhaupt nicht. Deswegen freut mich das schon, dass ich das machen kann. Ich weiß immer noch nicht, wo Melina ist. Auch wenn die Typen von ihr geredet haben. Hm. Den Fang des Wahnsinns könnten wir machen. Warum nicht? Mich interessiert das. Die Fang des Wahnsinns interessieren mich. Genau, Nussaint. Ja, ich versuche es. Ich gebe mir Mühe. Ich verspreche es. Ach, und ich soll rechts an der Mauer langlaufen. Hat Nadinchen gesagt. Sorry, Nadinchen, dass du jetzt gar nicht mehr da bist. Ich soll an der Mauer entlanglaufen. Okay, wo, wo, wo? Hier? Ich bin doch schon einmal an der Mauer entlang gelaufen, dachte ich. Und hier soll irgendwas sein. Hm. Was soll denn hier sein? Wir müssen eh gerade in die Richtung. Willkommen zurück, Jojo. Na, haben wir hier was? Ich weiß noch, dass wir hier schon mal waren. Meinte sie das hier? Ist hier was? Hier ist ein Büschlein, das ich ausräubern kann. Immer noch Wald, Jojo. Immer noch. Der Wald wird niemals enden. Nein, wir haben gerade uns dem Troll abgeschlossen. Wir haben dem Troll geholfen, den sogar den Kopf seiner Frau wiedergebracht hat. Wofür wir die Jägerrüstungs-Bla bekommen haben. So ein Schema. Mit dem wir eine Jägerrüstung machen können, die uns richtig gut schützen wird. Also das ist eine geile Rüstung. Das war es auf jeden Fall wert, den Kopf wiederzubekommen. Wo das ganze Gold, das ich verloren habe beim Spielen. Ähm, okay, was soll ich hier finden? Ich bin die Mauer entlang gelaufen. Hm. Ich kann auch weiter entlang laufen, aber dann komme ich doch nur wieder dahin, wo ich schon war. Und sie hat gesagt, rechts herum. Das ist rechts herum. Und sie war ja ganz enttäuscht, dass ich sie nicht gefunden hatte. Da geht es auch nicht lang. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich finden sollte. Gehen wir mal hier weiter, vielleicht finden wir es ja hier. Die Mauer ist immer noch rechts von uns. But, there is nothing yet. Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Das ist wieder diese Neckarhöhle da unten. Hm. Die neckische Höhle. Warte mal, hier ist irgendwas. Okay, nur wieder sowas. Joa, und nu? Hier haben sie uns vorhin beschossen. Also vorhin, ähm... Anfang des ersten Kapitels. Nach dem Prolog haben sie uns hier beschossen. Ja, hier haben wir es das erste Mal gesehen. Pff, die Scoia Tell. Aber hier ist eine Neckarhöhle. Dann können wir die doch schon mal platt machen. Hm. Neckische Neckar. Zerstöre die Zugänge zu den Tunneln. Äh, wo kam ich hier runter? Nicht hier, ein weiter, ne? Ähm, das hier ist falsch. Ich kam noch woanders hier runter, das weiß ich. Macht mich jetzt nicht fertig hier. Vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was Nadinchen meinte, Leute. Traurig, aber wahr. Schwupp. Ja, da komm ich nicht mehr hoch. Hier ist auch unser Schiff. Keine Ahnung. Aber hey, wer schaut nicht gern Geralt zu, wie er einfach so sinnlos durch den Wald stapft, ne? Das läuft doch. Aber was ist das denn auch für ein Wald? Guckt euch doch mal an, wie riesig diese Bäume sind. Die sind sicher 2000 Jahre alt oder sowas. Das ist ja krank. Genau, hier sind wir das erste Mal zu flotsam hingelaufen. Kartoffelbowist, nom nom. Dann strack hier dran vorbei, aber vielleicht können wir hier die die Neckar rumhauen. Die Neckischen. Ähm. Wo muss ich denn den Mist reinwerfen? Und ist das hier ein Neckartunnel? Oder kann ich hier jetzt einfach sagen, warte mal. Einfach vorne an den Eingang werfen und gut ist. Mit der Kartetsche. Ich meine, ich habe ja ein paar. Ich könnte noch ein paar bauen. Äh. Scheint nicht so zu sein, dass das reicht. Das interessiert sogar überhaupt nicht. Geil. Oder ist das keiner der Tunnel? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, Freunde. I don't know. Ich habe keinen Plan. Wie ging denn das nochmal? Ich weiß, dass das einer war. Da muss... Zumindest meine ich das zu wissen, weil... Ich meine, als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich hier nämlich den zuerst kaputt gemacht, weil ich da mich schon erinnert habe. Hallo Syrah. Schön, dass du reinschaust. Oder ist es Syrah und Venu? Das würde mich auch nicht überraschen. Ähm. Wo kann ich jetzt diese dämlichen Neckartunnel zuhauen? Aber ich glaube, da müsste... Es würde mir angezeigt werden, wo ich die kaputt hauen könnte hier. Und wo ich hier dicht machen könnte. Oh, ich will nicht wieder gegen euch Schweine. Nein, ich will nicht gegen euch antreten. Nein, nein. Oh, ich kann nicht anders. Oh Gott, wenn ich jetzt abkratze, wäre das echt bescheiden. Oh well, machen wir die halt nochmal fertig. Dann, dann, dann. Das hat wehgetan. Ich meine, hey, es tut ihnen auch weh, aber... Na ja, Geralt geht saugut ab, aber sonst... Trinkt es irgendwie nicht so viel. Oder muss ich die erst alle töten? Ich weiß es nicht mehr. Äh... Oh, du hast den Venu dabei. Okay, ich dachte es mir schon fast. Willkommen, Venu und Syrah. Oder muss ich das Ding hier reinwerfen? Ist das die Zugangstunnel, die gemeint sind? Ich meine, kann sein, dass das ja die einzige Leckergülle ist. Aber das ist cool, genau. Hacking, das ist schwer. Oh, guck mal, wie er tanzt. Das ist nicht wunderschön. So, dann mal eben hier reingekloppt. Nicht? Really? Das sind auch nicht die Zugangstunnel? Willst du mich verarschen, Geralt? Ich weiß nicht, wo diese scheiß Zugangstunnel sind. Soll das nicht die Zugangstunnel sein? Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo der Mist war. Für mich sieht das aus Neckartunneln aus. Hm. Hm. Hier macht einfach gar nichts. Ist auch okay. Finde ich cool. Wo sind hier noch mehr von euch? Warum kann ich da nicht... Achso, ich kann nicht runter, weil ich das Schwert in der Hand habe. Äh. Keine Ahnung, Freunde. Die Venu konnte ich nicht im Schrank lassen. Da jammerte zu laut. Och, wie süß. Ah ja. Ich dachte, er lebt in seiner Box. Nicht im Schrank. In der Venu. Wo sind diese scheiß Neckartunnel? Ich weiß, dass man die erkennen konnte irgendwie. Ach, warte mal. Ich sollte vielleicht mal mein Amulett einsetzen. Ich bin richtig, meinst du? Okay, Saint. Muss ich nochmal gucken. Aber da komme ich wahrscheinlich eh nicht hoch. Aber ich kann es ja trotzdem nochmal versuchen. Ne, ist verschlossen. Er versucht doch gar nicht hochzuklettern. Das ist schon mal gut. Ach, Geralt. Kein Wunder, dass die graue Haare wachsen. Bei so einem Scheiß hier, ne? Ich muss erst nochmal ein paar Kathätchen basteln. Ich habe viel zu wenige. Kathätsche. Machen wir nochmal so 15 Stück. Die sind ganz gut. Also der No-Saint sagt, ich bin... Oh, willkommen dabei, Syrer. Schön, dass du dabei bist. Der No-Saint sagt, das hier muss passen, muss das. Das heißt, das muss auch jetzt passen. Ich muss nur die dämlichen Bauten finden. Hier ist wieder alles von Eisenerz, aber ich will kein Eisenerz. Hier ist die Spur, die ich nicht mehr brauche. Ich habe nämlich auch irgendwie im Hinterkopf, dass das hier richtig war. Aber wo sind diese Tunnel? Ich meine, das können ja nur die sein, aber ich brauche vier Nester und nicht drei. Könnte das eins sein? Jetzt mal wieder Eisenerz, das ich nicht brauchen kann. Ich meine, können wir nochmal versuchen. Und... Zapp! Nöp! Warte mal, Geralt. Ich muss meinen Crap hier einsammeln, denn das können wir alles gebrauchen. Lecker Neckarzähne und Herzen. Nom, nom, nom. Die Neckischen. Das ist doch scheiße. Ich renne hier einfach durch die Gegend und nichts passiert. Ne, es ist nur das Eisenerz, das hier markiert wird. Ich glaube, ich bin falsch. Das kann es immer noch nicht gewesen sein. Ja, die Vollmermusik ist doch super. Oder? Ich fand die klasse. Hä, was ist denn hier los? Es tut so, als wäre hier was und dabei ist hier nichts. Hm, okay. Oh, Keulekutsch wird Leder. Leder brauchen wir. Leder brauchen wir im Augenblick für die Rüstung, die neue. Das war übrigens The Four Seasons Singing von Divine Divinity aus dem Soundtrack, aus dem OST. Sehr, sehr schöne Musik. I don't get it. War das wirklich die Höhle hier? Ich krieg's echt in mir gebacken, wo das war. Aber wir hatten noch eine Höhle. Wo Neckar drin residierten. Hallo? Ort der Macht, Geralt. Geralt. Touch nochmal dein Blödes. Du touchst übrigens nicht richtig, weil ich hier nochmal gesagt habe. Ne, ist nix mehr, schade. Nix, so viel, so viel zu Ort der Macht. Es gab noch eine Höhle, wo wir einen Neckar gefunden haben. Bei dem Wasserfall zum Beispiel. Vielleicht müssen wir da ein paar Nester kaputt hauen. Das kann auch sein. Ich geh mal zum Wasserfall. Das Blödes, das nicht auf der Karte angezeigt wird. Ich mein, traurig, dass es nötig ist überhaupt, aber... Das würde mir gerade echt viel helfen. Mensch, Mensch, Mensch. Dann speichern doch mal, Geralt. Und dann geh nochmal hier raus. Und langsam möchte ich auch Merlina mal wieder finden, aber auch das geht irgendwie nicht. Ich finde sie einfach nicht. Ich hätte echt gedacht, sie läuft im Bindegarn rum. Oder wie auch immer das im Englischen heißt. Beim Wasserfall ist die Höhle. Danke, Sira. Okay. Also doch. Ja, Eichhörnchen, mach mal. Cool. Ah, nicht in die Falle. Höhle, leh. Sei dir scheiße. Aua. Hör auf, mir weh zu tun. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss nur irgendwie den Wasserfall finden. Ich mein, hey, ihr könnt gerne mit den Viechern spielen. Ich hab keinen Bock, mit denen zu spielen. Wasserfall. Und da liegt schon wieder Zeug rum. Deswegen werde ich mich mal ein bisschen... Nein, ich will mich schützen. Gib mir Gwen. Dankeschön. Wasserfall. Wasserfall. Hässliche Neckar und Scoia-Tel. I hate you all. I hate you so much. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich fang auf die XP, Leute. Das ist mir zu anstrengend, jetzt alles zu plätten. Wo war denn der Wasserfall? Hey, aber wir haben Kampfmusik. Ist das nicht toll? Da ist der Wasserfall. Ich bin richtig. Yay. Jetzt aber durch Scoia-Tel. Ich wette, da ist... Wahrscheinlich ist Melina dort irgendwo drin. Oh Gott. Ertrunkene? Wow. Wieder mal ein paar Ertrunkene. Aus Scheibenkla... Ey, die hauen ganz schön rein in dem Teil. Wow. Die hab ich unterschätzt. Hilfe ist erlaubt, Sira. Aber das wusste ich noch. Wir waren ja heute erst da. Beim Wasserfall. Aber danke dir. Ja, dann laden wir das Ganze noch einmal. Dann probieren wir das noch einmal. Und ich hab keinen Timer angemacht. Deswegen überziehen wir wie Schwein. Aber ist mir auch wurscht. Das machen wir jetzt. Oder war der Timer schon vorbei und ich müsste schon wieder... Nee, wir sind jetzt erst 20 Minuten live. Okay. Ja, okay. Dann brauche ich auch keinen Timer. Dann machen wir einfach 10 Minuten, 15 Minuten. Und ich stelle den Timer dafür noch einmal. So. Für den nächsten Part dann. Okay. Noch einmal auf Anfang. Ja, ja. Macht selbst. Ach so. Demis Eichhörnchen. Tralala. 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 Ich hack euch um. Ich hack euch um. Ich hack euch sowas von um. Ich stirb jetzt. Jetzt stirb schon, Eichhörnchen. Och, du bist so dreckig. Als ob du mein Schwert mit deinen kleinen Pisslschwertern da abwehren könntest. Tu mal nicht so. Als wärst du dir der Größte. So, dann. Geht doch. Das müsst ihr noch zusammenkriegen. Ja, das ist gut. Oh, jetzt bin ich überbelastet. Wirklich. Oh, Mann. Oh, dann weg mit dem scheiß Schwert. Oder haben wir... Das ist eigentlich sehr teuer. Dann nehmen wir die weg. Und... Das Kurzschwert ist eigentlich sehr viel wert. Das will ich behalten. Kann ich? Ja. Dankeschön. La, 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 la. Wir rennen nochmal ganz schnell zum See und dann läuft das. Schnipp. Solange jetzt keine Viecher mehr kommen, ist unsere Regeneration noch erhöht. Das heißt, wir heilen sehr, sehr schnell. Au. Oder ich renne einfach in irgendwelche Scheißfallen wieder rein. Quen, bitte, damit das nicht mehr passiert. Oder beziehungsweise es mich nicht stört. So, wo ist der See? Der muss hier in der Nähe sein. Ich weiß es noch. Ja. Direkt vor mir. Wunderbar. That is exactly how I like it. Right in front of me. Ja, RIP. Rest in pieces. Ich seh das schon. Hey, na, ihr hässlichen... Oh, scheiße. Äh, hallo? Geralt? Siehst du denn nicht deinen Schwert, du Sack? Aua. Alter, sind die vicious. Das ist ja richtig krank mit euch. Ah, hast du ja gedacht, hä? Oh, der andere hat mich ja dafür erwischt. Aua. Oh, scheiße, wie die reinziehen. Ey, ihr zwiebelt ja, ihr Freunde, ne? Ihr zwiebelt aber richtig. Aber die Musik ist mal nice. Oh, erster ertrunkener ist tot. Oh, da kommt der Nächste. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aua. Mistvieh. Ja, brenn ein bisschen, du Mistvieh. Auch wenn du im Wasser stehst. Oder das ist ja hier mit dem Spiel... Goddammit. Dir auch einen schönen Start ins Wochenende, Paint. Schönen Abend noch. Warum sind die Ertrunkenen so fucking stark in diesem Teil? Das ist ja total zum Kotzen. Die waren ja schon immer nervig. Aber das hier, das ist ja eine Qual. Ah, der Fail-Gammy fehlt, aber der Jojo kommt nicht bei. Jojo, tu doch mal was für dein Geld. Habe ich auf Gwen? Nein, habe ich natürlich noch nicht. Oh, ja. Genau deshalb wollte ich Gwen haben. Dankeschön. Ja, ich weiß, dass die blöden Ertrunkenen kommen. Ich werde diesmal auch ein bisschen vorher noch speichern, hoffentlich. Ja. Kurz davor, möglichst. Dankeschön. So. Geralt, Ertrunkene, sterben. Jetzt. Nicht du, sondern die diesmal. Ihr hässlichen Sprungviecher, ey. Das ist ja abartig mit euch. Was auch immer ihr jetzt tut, warum ihr mich nicht mehr anschaut, aber das ist cool. Ah, wir, die faken. Die Schweine faken, als ob sie nicht zugucken würden. Und dann? Okay, direkt tot. Tot und tot. Mistigen Mistviecher, ey. Das ist so wischös. Ah, noch einer. So, stirb. Mann, einer alleine kann gar nichts, ne, von denen. Wie immer. Komm jetzt her. Los. Ich will Zeug. Gib mir dein Zeug. Dankeschön. Wasserssenz. Yes, please. Die kann man immer gut gebrauchen. Sehr cool. Hallo. Und? Ich habe eine Trophäe bekommen. Ja, stell die Falle wieder auf, Geralt, damit du voll selber reinläufst. Das kann, dass ich gerade eine Trophäe von denen bekommen habe. Das wäre cool. So, speichern und jetzt endlich diese blöden Necke erledigen. Sehr widerlich. Ähm, dann sollten wir aber auch ins Inventar und mal das Öl nehmen. Das hilft hier so ungemein. Ich bin froh, dass es das in diesem Teil noch gibt. Äh, ich glaube, Nekrophagenöl wäre das, ne? Ich glaube schon. Silberschwert, bitte. Und wir können auch noch einen Trank trinken, wenn wir wollen. Ja, wir trinken so selten, ne? Wir nehmen so selten einen Trank. Deswegen wäre mal gut. Tränke einnehmen. Wir brauchen... Schwertschaden, ja. Schwalbe, ja. Und was soll's. Dann nehmen wir auch noch die Giftresistenz. Ich meine, bringt hier nicht viel, aber nehmen wir. Dankeschön. Num, 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 num. Alles schön in einen Pott geschüttet. Äh, du darfst mir ruhig einen Tipp geben, Sira. Ja, warum nicht? Ja, genau. Noch mal richtig schön knacken, ne? Dann muss... Dann läuft das hier. So. Ich muss mal wieder ein paar neue Tränke machen. Außer Zeit. Außer Zeit. So, Freunde. Kommt her. Ich mach euch alle fertig. Dann hacke ich eure Nester kaputt, hier Schweinebären. Aber ich glaube, die kommen unendlich, ne? Da muss ich aufpassen. Drecksvieh. Blutung wäre bei denen, glaube ich, auch gut gewesen. Feuermagie gehen. Ja, aber... Ertrungen sind eigentlich voll albern. Ich will die einfach nur kaputt hauen. Wie die hier. Ich muss so wegballern. Oh, ich liebe Quenne in diesem Teil. So ein geiles Zeichen. Au. Das hat mir nämlich gerade sehr viel Schaden bewahrt. Oder mich vor sehr viel Schaden bewahrt. Guck mal, wir haben ne Fackel geschaffen. Ist doch nicht toll. Noch ne Fackel. Ah, hinter mir. Oh ja, auch noch. Mistvieh. Ihr dreckigen Viecher. Auah, das tut weh. Auch von hinten kommen sie jetzt auch noch. Okay, ich glaube, ich muss mal weiter hier. Wo sind eure Nester? Oh, ihr Schweinebande. Ich glaube, die kommen so unendlich. Ich glaube, ich sollte erstmal die Nester vernichten. Da zum Beispiel, glaube ich. Oder auch nicht. Ups. Nester. Nester. Wo seid ihr? Nester. Nester? Keine Nester. Nester. Das könnte auch mein Todesurteil sein. Ich glaube, ich glaube, das wird es auch. Hallo. Aua. Aua. Nein. Nein. Wird mal auf. Was ist schlimm mit euch? Stirb jetzt. Stirb, habe ich gesagt. Nicht wehren, sterben. Na. Ich wollte noch ausweichen. Ich weiß nicht, dass ich das auch schaffe. Okay, den hacken wir jetzt einfach tot. Ah. Oder er will nicht. Und jetzt will er doch. Ha. Drecksstück. So. Der kam jetzt erstmal vorüber. Das heißt, ich kann mal ein bisschen überlastet sein. Ich bringe Pech dran in so einer Scheiße. Warte mal. Ich nehme immer zu viel Handwerksmisten, wenn ich weiß. Wir haben sogar eine Trollzunge. Cool. Weg mit dem Quark. Ist schon besser. Okay, wir regenerieren. Wir können sogar speichern. Jetzt will ich wissen, wo ich hier bin und wo ich die Dinger kaputtauen muss. Ah ja, da liegt noch einer, aber ist mir egal. Ich muss die platzieren? Wie kann ich die denn platzieren? Ich dachte mir schon, dass ich die durch das Amulett machen kann, aber identifizieren kann, aber ich dachte, ich müsste eine Bombe reinwerfen. Das würde auch reichen. Ich muss die doch gar nicht platzieren, dachte ich. Da liegt noch Überreste von den Viehzeugs. Ja, die kann ich nehmen. Die wiegen nix. Ich bringe nicht so ein scheiß Gepechtrad oder sowas auf. Nehme sowas hier. Ah. Vielleicht wiegen sie doch was. Ich muss echt mal ein paar Tränke machen. Warum mache ich das nicht einfach gleich? Okay, gleich. Alchemie. Ja, davon können wir mal zehn herstellen. Dann Geisteröl brauche ich nicht momentan. Davon lassen wir mal drei herstellen. Dann Insektoidenöl können wir mal fünf herstellen. Kartetschen brauche ich später noch. Ja, komm, nehmen wir auch mal nochmal fünf. Äh, Katzen. Ne, brauche ich nicht Krähe. Ja, nehmen wir auch mal zehn. Ähm, Nekrophagenöl. Warum nicht? Auch nochmal fünf. Öl an sich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Davon können wir mal ein paar mitnehmen, ne? Oh, mal vier Stück. Sammunginger auch noch. Schwalbe. Serikanische Sonne. Blendet und lähmt. Ja, das wäre doch mal geil. Davon nehmen wir auch mal 15. Wahrscheinlich bin ich jetzt noch überladen als vorher, ne? Weil die Dinger irgendwie mehr wiegen als ihre Zutaten. Was keinen Sinn macht. Explodiert mit Feuer. Na. Das ist eigentlich auch ganz gut. Wollen wir davon auch mal fünf. Besser? Geralt? Geht's dir wieder gut? Ich bin nur noch überlastet. Gott damn it. Scheiß Überlastung. Handwerksmist. Was können wir loswerden? Ich darf nichts loswerden, was mir viel bringt. Das Eisenerz kann ich weghauen. Brauche ich eh nicht. Ich habe noch genug auf der Bank. Weg damit. Aus Not weiß ich, wo ich hingehen muss, um mir welche zu holen. Auch kein Nest. Ich weiß, dass hier noch einer lag in der Ecke. Den will ich mir nochmal angucken. Ja, die Zutaten. Es haben ein paar Zutatengewichte. Aber ich glaube nicht die für Tränke, sondern die für Bomben. Trotzdem muss ich Tränke machen. Deswegen. Egal. Wo lag denn hier die Type? Hier lag doch irgendwo noch einer. Das sind alles keine Nester hier. Dann sind die wahrscheinlich alle am Ende. So beisammen oder sowas. Wo ich mir nochmal richtig schön überfallen werde. Von allen. Ach, hier lager. Orans und ein paar Messer. Jo. Oh, viele Orans. Sehr gut. Speichern. Sehr schön. So, dann geht es weiter. Ein paar Nester finden. Hier war ich glaube ich schon, ne? Kein Nest. Alles kein Nest. Ich denke mal, dass ich dann hier hoch muss. Was das Einzige ist, was einen dazu zwingt, dass man die Typen alle tötet vorher. So, wenn man weitergeht. Noch einer. Aufwertung der Rüstung mit Kettenringen. Oh yeah, nice. Spare ich mir auf für die andere Rüstung. Die wir bald basteln können, hoffentlich. Oder eher basteln lassen können. Da kommen wir schon wieder. Äh, ich brauche ein bisschen Öl. Neckarchen. Lecker, lecker Öl. Eigentlich hieß es auch, äh, Blutung würde was bringen. Nehmen wir mal Braunöl. Habe ich noch nicht ausprobiert. Komm her. Wow, Leichenfresser. Ja okay, gegen dich hätte eher Dekrophagen was gebracht. Alter, Mistvieh. Wozu mache ich wohl links drauf? Oh, er platzt. Hm, großartig. Schattenbeinwurz? Okay. Lecker. Aber das war... Bist du ja noch mehr von da? Aber das war ein Leichenfresser, der erste, dem wir begegnet sind. Mit Nekrophagenblut. Oh ja, weißt du, jetzt habe ich gerade das eine Öl drauf gemacht, was helfen soll gegen diese Necker. Und jetzt habe ich die Leichenfresser hier, die gegen Nekrophagenöl anfällig wären. Dann nehmen wir halt das wieder, mein Gott. Pech gehabt. Scheiß Nekrophagen. Ähm, ich sehe immer noch keins. Kein Nest. Das kann ja wohl nicht sein. Wie sah das denn nochmal aus, Mensch? Ich habe das doch schon mal gemacht. Eine der wenigen Quests, die ich schon gemacht habe in diesem Spiel. Hm. Okay, dann war das nur ein Leichenfresser. Toll. Wahrscheinlich ist das der Einzige in dieser Höhle. Ich könnte so kotzen. Jetzt habe ich wieder das Öl gewechselt. Das ist für nichts. Aber naja, die Öle kosten ja nichts. Ähm. Hat nicht irgendjemand eben gesagt, Syrah, dass das hier das Nest ist? Äh, wo die Nester sind? Ich sehe keine Nester. Hm. Das macht mich traurig. Das macht mich sehr, sehr traurig. Das macht mich äußerst traurig. Dass ich einfach Cartagen gegen die Wände werfe. Die sind draußen im Wald. Ach, das waren die Dinger. Ah, okay. Dann weiß ich, was die Neckarnester sind. Da sind diese Blutflecken überall auf der Erde. Und dann kommen da die Neckar raus. Na gut. Ausnahmsweise. Hoffentlich keine Ertrunkenen mehr. Dankeschön. Oh Gott, wie finde ich die denn alle? Oh hey, na. Na du suck. Oh nein. Ja, und da sind wir gerade bei den Neckarnisten. Torn is thunder, okay. Ah, weil ich ein paar Platzen gebracht habe. Großartig. Schöne, schöne Dings. Oh nein, das ist das Falsche. Wrongsword. Ach so, ich soll doch hier eine Bombe platzieren, hieß es. Aber egal. Werden wir nochmal eine. Hallo? Ah, hier ist das Neckarnis. Und ich kann nichts machen, solange die Viecher da sind. Level. Yay. Ah, nicht schon wieder so einer. Fackel, du Stück. Oh, noch einer. So. Nest kaputthauen. Geralt, bitte. Nest zerstören. Äh. Geralt. Wie, das war's? Ah. Es war so klar, ne. Es war so klar, dass ich das jetzt wieder abbekomme, den Scheiß. Es gab aber doch keine Bestätigung, dass er das wirklich gemacht hat. So ein Mist. Okay, wir sind ein Level aufgestiegen. Yay. So. Was können wir denn da Schönes nehmen? Ich hab gesagt, ich will das hier nehmen, weil ich die extra Energie haben will. So. Scheißegal, was es sonst so gibt. Ich will das haben. Yeah, wir haben drei Energie. Juhu. Äh. Hab die Quest verwechselt. Ja, ist kein Problem. Ich hab sie auch verwechselt. Ah, bei der kaputten Kutsche. Ja, genau, genau, genau. Da war auch noch eins. Wo ist die denn nochmal? Oh Gott. Ich bin schon fünfmal an der vorbeigekommen, ne. Aber jetzt, wenn ich sie suche, werde ich da sie ja nicht mehr dran vorbeikommen. Und ich will wissen, was das hier ist. Von diesem Gott ist das, ja. Das wissen wir. Aber, oh, ein Ort, der macht. Nett. Dankeschön. Für die extra Lebensenergie, glaube ich, war das. Äh, oder Regeneration eher. Ähm. Hm. Äh, nee. Da will ich eigentlich nicht runter. Zu Mr. Troll. Trolli, Troll, Troll. Hm. Das sind ja die Markierungen für Schutzzone gegenüber Nichtschutzzone. Wissen wir auch. Das mache ich nur wegen den Fallen. Hier, glaube ich, war doch in der Nähe die Kutsche, oder? Ich meine, eines haben wir. Fehlen nur noch drei. So viel kann das ja nicht sein. Und so schwierig kann es auch nicht sein, die zu finden. Was ist hier? Ach, hier war nur wieder die Höhle, ne? Äh, ja, ja. Wo wir in die Falle gelockt wurden von dem Schweinebären. Dem Salamandra-Schweinebären. Aber den haben wir ja schon gekillt. Das ist schon gut. Hm. Ähm, nein, das hier ist nicht der Ort. Was sie sich auch denken müssen, ne? Wie er hier einfach durch die Gegend rennt. Äh, ich bin der Witcher. Ich fand's aber immer noch gut, unsere Theorie, dass er eigentlich nur so ein kranker Irrer ist, der auf Bäume und Büsche eindrischt die ganze Zeit und, äh, alles für Monster hält und sowas. Fand ich super. Hier. Hier soll ein Nest sein. Wo? Nest? Nest? Kein Nest. Ja, da ist der Wasserfall wieder. Hm. Ich meine nämlich auch, dass hier ein Nest war. Ne, waren zumindest die Eier. Also die Kokons. Von den, äh, Viechern, die ja zum Glück nicht mehr so viel auftauchen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, Leute. Ich hab's vergessen. Oder eher verdrängt. Oh, du hast ja noch ein paar Orans an dir. Dankeschön. Hm. Vielleicht auch nicht. Quen, ah, hier ist es. Ne, das haben wir gerade, das haben wir gerade geplättet. Toll. Das war genau das eine, das wir gefunden hatten. Super geil. Äh, dann rennen wir mal Richtung, Richtung Wasserfall wieder. Aber hier hinten ist es auch nicht, das... Hier sind wir auch, der macht. Ah, lustig. Bei dem, hat er der Säule. Warum machst du die Falle wieder auf, Geralt? Du bist doch der Erste, der da rein rennt. Ah, jetzt ist es besser Lebensregeneration. Das ist sehr gut. Ähm. Nö, hier ist auch falsch. Hier ist sicher kein Neckernest. Aber hey, hier waren wir noch nicht. Warum rennen wir nicht mal hier hoch? Dammit. Wo waren denn die anderen nochmal? Ich weiß, dass wir denen total auf dem Weg gelaufen sind. Ähm. Elfenruinen. Sind wir sicher, dass wir hier hinwollen, ist die Frage. Ich glaube nicht. Sind wir... Vielleicht sind die... Ah, vielleicht sind die Neckernest. Komm. Gucken wir uns das an. Oh, äh. Vorher mache ich aber einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal bei The Bitcher 2 im Stream. Oh, eine Statue. Nette Statue. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.